Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurelter.de. In diesem Video möchte ich euch eine Anwendung des Energieerhaltungssatzes zeigen. Ihr habt den hoffentlich schon in der Schule kennengelernt. Die Energie in einem geschlossenen System bleibt immer erhalten. Das ist einer der vier großen Erhaltungssätze der Physik. Und den sollte man in der Schule also auf jeden Fall kennengelernt haben. Das Ganze machen wir an einem Beispiel eines Fehlerpanels. Das habe ich hier dargestellt. Das sind also die Fehler. Und in solchem Fall haben wir drei Energieerhaltungen, die eine Rolle spielen. Das eine ist die Lageenergie oder potenzielle Energie, W, Pot für potenziell. Die kann ich berechnen, indem ich einfach M, die Masse des Gewichtsstückes, mal die Höhe, die es über dem niedrigsten Level erhöht worden ist. Also in diesem Beispiel hier drüben habe ich drei Situationen des schwingenden Pendels mal eingezeichnet. Und das hier sollte der unterste, das ist die maximale Auslenkung sein. Dann berechne ich die potenzielle Energie immer relativ zu dieser Höhe. Also dieses H sagt mir, wie viel höher als dieser Punkt liegt das Massestück in dem Moment. Das andere ist die kinetische Energie, die Energie der Bewegung, W-Kin. Und die rechne ich aus, ein halb M V Quadrat. Sie hängt also quadratisch von der Geschwindigkeit ab. Wenn ich genau an diesem Maximum bin, der Auslenkung unten oder Maximum Auslenkung im Urkundfall, da habe ich keine Geschwindigkeit mehr, weil das Pendel genau die Bewegungsrichtung umkehrt. Da wäre es natürlich Null und am Maximalen ist genau beim Durchgang durch die Ruhrlage. Und die dritte Energie, die uns jetzt noch fehlt, ist die Energie, die in der Feder durch die Verformung gespeichert ist. Die Spannenergie Wsp und die ist gegeben durch N HAL, die S Quadrat. S ist die Auslenkung der Feder aus der Lage, wenn gar nichts an ihr dran hängt. Wir gehen hier von einer massenlosen Feder aus. Diese drei Formeln müsst ihr unbedingt auswendig können, das ist wirklich Grundlagen. Nun schauen wir uns das, ich pendel hier mal genauer an. Wir haben die Feder in ihrem Urzustand und wir hängen ein Massestück an die Feder mit der Masse M. Und dadurch lenkt sich das Ganze um S0 aus. In diesem Punkt hier, in dieser Ruhelage, wirken nun zwei Kräfte, die sich gegenseitig aufheben. Zum einen wirkt nach unten natürlich die Gravitationskraft des Massestücks, also G oder M mal klein g. Und nach oben wirkt die Feder mit einer Kraft auf dieses Stück. Und das kann man direkt nach dem Hooke'schen Gesetz ausrechnen. F gleich D mal SES. Also die Auslenkung aus dem entspannten Zustand. Das heißt, hier haben wir F gleich D mal S0. Nun wollen wir das Ganze schwingen lassen. Das heißt, wir lenken manuell von Hand das Massestück aus und lassen es los und sehen, es schwingt. Und wir wollen nun berechnen, wie hoch schwingt denn eigentlich das Pendel zurück, wenn wir es hier um, sagen wir, S-Dach auslenken, auf welche Höhe, von hier ausgemessen, schwingt eigentlich das Massestück, das ganze Pendel wieder zurück. Das müssen wir mit einem Energiehandlungssatz machen. Wir haben hier im Zustand B gleich die gleiche Energie insgesamt wie im Zustand C. Wir müssen es nur herausfinden. Also wir wissen, WB gleich WC, Energie in Situation B gleich der Energie in Situation C. Wie die Energien sich hier eigentlich zusammensetzen? Nun, WB, es hat keine potenzielle Energie, weil wir es ja zu dieser Situation ausmessen, die Höhe, das ist H0. Es hat keine Geschwindigkeit, V, das heißt, auch die kinetische Energie ist hier nicht vorhanden. Das Einzige, was wir hier haben, ist tatsächlich Spannenergie der Feder. Das heißt, in unserem Fall wäre das 1,5 D mal die Gesamtauslänge, das ist einmal S0 plus S-Dach. Also S0 plus S-Dach, das Ganze zum Quadrat. Das war schon der Fall WB. Und nun schauen wir uns den C an. Die kinetische Energie ist in dem Fall natürlich auch 0. Die ist nur zwischen diesen zwei Punkten nicht 0. Gott sei Dank fällt die also auch weg. Die potenzielle Energie ist vorhanden. M mal D mal H. Und auch unsere Feder hat noch etwas Energie. Naja, um S und S-Dach ausgedrückt, aber wieder H zurück. Das heißt, wir haben hier etwas, was im ersten Moment ziemlich schlimm aussieht. 1,5 mal S0 plus S-Dach minus die Höhe H. S0 plus S-Dach und dann von hier aus wieder zurück auf H. Deswegen S0 plus S-Dach minus H. Um jetzt das in den nächsten Schritten etwas einfacher zu machen, führe ich eine kleine Bezeichnung ein. Ich nenne das jetzt gemeinsam einfach wieder S. Diese Summe S0 plus S-Dach sein einfach S. Und schon sehen wir, hier drüben steht nur D mal S-Dach. 1,5 mal S-Dach, hier drüben haben wir M mal D mal H. Also nichts geändert. Aber hier hinten steht jetzt S minus H-Quadrat. Das ist eine binomische Formel. Die können wir natürlich ausrechnen. 1,5 mal D mal S-Quadrat minus 1,5 mal 2 mal D mal S mal H plus 1,5 mal D mal H-Quadrat. Also zweite binomische Formel angewandt. Wenn es zu schnell geht, rechne das bitte mal von Hand einfach nach. Nun seht ihr auch hier, direkt wieder auf der linken oder rechten Seite steht zweimal das Gleiche. Das hier, ein halb Ds-Quadrat und hier ein halb Ds-Quadrat, das können wir direkt eliminieren, indem wir es einfach abziehen würden. Wir müssen ja nach H auflösen. Also schauen wir uns mal an, was ist eigentlich hier mit H ergeben. Hier ein H, hier ein H, hier ein H, hier ein H-Quadrat. Hier drüben steht zwischenzeitlich 0, da wir ja alles gestrichen haben. Das heißt, wir haben hier stehen, H ist gleich, wenn überall 0 ist gleich. Wenn überall ein H drin steht, klammer ich mal das H aus. H mal M mal G plus, das haben wir gestrichen, da haben wir ein Minus, minus 1,5 mal 2, gut 1, also Ds. H mal ausgeklammert, plus 1,5 D mal H, wir haben ja ein H ausgeklammert. Wir sehen es so, wenn es 0 sein muss, wir wollen nach H auflösen, wenn H 0 wäre, wäre das schon gegeben. Also H1 gleich 0, aber das ist natürlich genau die Situation hier unten. Die wollen wir nicht auslösen, wir wollen ja genau die maximale Auslage nach oben bestimmt haben. Deswegen müssen wir noch weitersuchen. Unsere erste Lösung ist in dem Fall noch nicht befriedigend. Das heißt, was jetzt ist, wir müssen das Ganze hier auch noch 0 setzen, Satz des Nullprodukts. Das heißt, M mal G minus Ds plus 1,5 Dh soll ebenfalls 0 sein. Wir wollen nach H auflösen, wir suchen also eine Lösung, für welches H ist das hier 0. Somit nehme ich diese zwei Terme und bringe sie schon mal auf die andere Seite. Das heißt, 1,5 Dh ist dasselbe wie Ds minus Mg. Ich habe hier Mg abgezogen und Ds dazu addiert. Wir multiplizieren mit 2 und teilen durch D. Dann haben wir hier H stehen, ist gleich. Wir teilen durch D, multiplizieren mit 2, da steht hier noch 2s. Und hier hinten steht minus M mal G mal 2, das Gleiche durch D. Nun müssen wir herausfinden, was hier eigentlich steht. M mal G, schaut mal hier, M mal G ist gleich wie D mal S0. Das heißt, hier vorne steht 2 mal S, S mal genau das hier, also 2 mal S0 plus S-Dach minus 2 mal D mal S-Dach, minus 2 S0 da stehen. Naja, 2 ist 0, minus 2 ist 0, hebt es natürlich genau auf. Hier steht noch 2s-Dach. Wir haben also herausgefunden, unsere zweite Lösung, wann die Energien hier nach dieser Sache wieder klein sind. Wenn H genau 2 mal S-Dach ist, schauen wir uns die Lösung hier drüben an. 2 mal S-Dach, von hier bis hier ist schon S-Dach, bis zu der Ruhelage, also wo das Pendel gewesen wäre, wenn ich mich überhaupt nicht ausgelenkt hätte. Also 2 mal S-Dach, es geht genau gleich weit hoch, wie ich es nach unten ausgelenkt habe. Das Pendel hat also beides mal die gleiche Auswendung, nur ein anderes Vorzeichen. Ich würde euch bitten, das nochmal nachzurechnen, wenn es euch etwas zu schnell ging. Es steht eigentlich alles da. Schreibt es euch selber mal auf. Das ist eigentlich ein recht schönes Beispiel für die Energieerhaltung. Nun, vielen Dank, dass ihr bei uns auf www.burelter.de reingeschaut habt und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.